Die baltischen Staaten haben am 75. Jahrestag der sowjetischen Massendeportationen nach Sibirien gedacht. 42.000 Menschen wurden an einem einzigen Tag in Viehwaggons deportiert. Neugeborene kleine Kinder und alte Menschen. Viele von ihnen haben ihre Heimat nie wieder gesehen. Ich habe meine Familie und meine Mutter 2 Jahre alt. Sie sind in Krieg. Ich habe mich nicht mehr daran gedacht, weil ich eine halbe Jahre alt war. Wir sagen heute auch sehr gut, dass es sich und auch in der Welt zu sagen. Auch Estland erinnert an die viertägige Deportationswelle, die aggressivste Maßnahme der Sowjetunion gegen die Esten. 20.700 Menschen wurden verhaftet und in Viehwaggons nach Sibirien deportiert. Fast 80% davon waren Frauen und Kinder. Hunderte oder sogar Tausende Menschen wurden später deportiert. Insgesamt handelte es sich um 3% der estnischen Bevölkerung.